Was sind sogenannte Fiat-Währungen? Trifft man auch immer wieder mal im Bereich Kryptowährung auf diesen Begriff. Auch sonst teilweise ist es kein reiner Krypto-Begriff und meint den Begriff von künstlich geschaffenen Währungen, die auch nicht wirklich mit etwas hinterlegt sind, wie beispielsweise der Dollar, der Euro, Yen, Pfund. Im Gegensatz dazu wären hier beispielsweise im Kryptobereich die digitalen Währungen, die eben aus sich heraus bzw. digital hinterlegt sind. Wenn du das gesamte Krypto-Lexikon ab bis zu downloaden möchtest, dann klicke gerne unterhalb von dem Video. Ganz wichtig, sich am Anfang mit den Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Hilft dir sehr weiter, gibt Sicherheit in diesem Bereich und dann kann man auch klug und intelligent hier handeln. Wir sehen uns gerne im nächsten Video. Bis dahin, euer Thorsten Wittmann.